Musik Musik Jammer jammer jammer, Lucky F, Lucky F. Alles klar? Alles klar. Wir sind offen. Look it. Was geht? Wir sind zurück. Nochmal! Wir sind da. Hä? Das geht nicht. Laus und der Biss, der Herr, da der Biss, wir sind nicht alle Kost Schmetzen weg in unsere Lappen, es stehen nicht schon los, nicht los Nijf gern und nicht los, schalp uns die Gäben, die laus Nijf gern und los, schmetzen weg in unsere Lappen, es stehen nicht schon los, nicht los Nijf gern und nicht los, schalp uns die Gäben, die laus Nuh, die das we kennen Hier daneben jede Trump Saison. Sehen Sie euch, wer das alles organisiert hat heute? Was? Du musst jeden geübt. Das ist ganz klar. Das war mein GBM Entertainment. Versteht ihr? Versteht ihr? Ihr müsst wissen. Bantus, willkommen. Ja, ihr versteht. Verstehst du? Verstehst du? Nicht, wir reden eigentlich. Nur zeige nur noch heutzutage. Gang, das ist verschweinend. Guck mal, ich bin schon am Schwitzen. Ich bin angefangen. Du bist am Schwitzen? Nein. Das war noch nix. Das war noch nix. Verstehst du? Der ist gerade zu viel. Das war zu viel Emotion. Verstehst du? Aber ich regel das. Auf ruhig. Wie heißt das? Auf 1, 2, 3, 5, 4. Hey. Ich hab gehört, wir müssten jetzt lange kurz Pause machen. Weil ich muss was essen, duschen, so, so, so. Aber später, wie ihr schon hört, Nasa kommt so aus der ... Tuck! 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 Du bist so gängst wie der. Ja. Du guckst auch so diese Deine. Guck mal, ich hab den, ich hab den, ich hab den. Und er sagt, ich hab Christiano und Hando. Jukai, ich hab 5, mach ich's ja noch. Ich hab gesagt, ich will zu Fuß mein Big Boy, Rojvind, der gehört auch zu Team. Attacken gegen eine Person haben wir nur. Ufu. Aber ich stell euch auch mein Team noch in Aachen vor, die Big Boys Erwachsene. Adieu ist auch da drinnen. Adieu. Ich nenne den Vielleichtsleiter. Adieu. 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 Du hast Krieg, Bruder, wir führen Krieg gegen eine Person, den Namen darf man nicht aussprechen. Ufu irgendwas. Du bist einfach Ufu irgendwas. Neue Kollektion. Heute Abend sehen wir, was wir anziehen. Neumann. Weißt du, wo Pik und Kloppenburg ist? Dahinter diese Garage. Yo, Taxi undercover. Bruder, du brauchst auch designierte Gürtel. Ja, ich brauch noch mehr in meiner Sammlung, so gesehen. Wenn ich solche Großstädte besuche, dann muss man auch natürlich shoppen gehen, ne? Die Designer haben nicht vergessen, leider in Aachen haben wir nix. Deswegen muss ich hier mal weit fahren. Vielleicht hast du Glück, vielleicht hat Apropos auch. Oh. Aber ich glaub nicht, sie feiern uns. Steigen wir dann aus, Bruder? Ganz ehrlich. 2,30 Euro. Genau 9,30 Euro, Bruder. Dann steigen wir auf. Dann steigen wir Halt aus. 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 Du hast ja nicht verdient, dass wir in Köln haben. Das gibt's doch. Wir gehen jetzt die Stadt attackieren. Glühweilen und ähm ... Ich weiß nicht noch was. Pfannkuhrunden gibt's noch. Schönes. Okay. Jetzt sind wir in Köln. Gimani ist da mit seinem Freund Big Boy. Rochevin ist auch da. Mein Homeboy aus Andere Land. Ich trenne keine Rasse. Nein, ich bin kein Rassist. Aber ich steh nur auf andere Leute. Erwachsene. Entschuldigung. Der führt uns aus der Stadt. Ich muss zugeben. Ja? Bei ihm fühl ich mich wohl. Er kümmert sich sehr gut um mich. Meine Fans. Er kommt auch bei meinen nächsten Tracks zu hören. Wollt ihr verstehen, warum? Weil er mich hier immer nett fühlt. Und er spricht uns zu Hotels. Chillen. Ich bin mit ihm. Alles auf meinem Bruder Steph. Alles auf seinen Nacken. Das ist das Beste dran. Bei der Kamera kann der Schein sagen. Das ist das Beste dran. An alle AC 520 Fans. Alles auf seinen Nacken. Das ist das Beste dran. Der Rochevin ist erwachsen. Der zahlt alle die Kosten, die ich trage. Das ist das Beste dran. Und irgendwann kriegt er von mir so ein Autogeschenk. Wenn die Karriere läuft. Mit Esslien. Was können anbieten, der Teufel. Das ist nix für uns. Was? Stone Island sage ich, das ist nix für uns? Es tut mir leid. Du Junge, ich bin doch schon Vierster Assasaya. Ich schwöre auf meine Mutter nicht. Und noch die Tür sogar. Ich habe... Wo ich... Das ist mein... Gustavo. Mein... 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 Wie heißt das Model? Man, der ist leider nicht da. Aber er kommt da. Ich sagte mir gerade an den Telefon. Ey, ist was da mal ein Ding? Du bist auf Live. Die Fans hören dich. So eine Jacke. Hast du das in Doppel XL? Er ist weg. Was sagst du dazu, Mann? Das klingt doch. Alter, du hast keine Winterjacke, ne? Doch, das ist für Winterprojekte, aber diese ultraleichte Daune. Ich weiß, wie ich mich damit attackiere. Aber ich fühl dich nur ein bisschen zu dünn. Wenn dann bin ich in Bomberjacke, weißt du? Dicke Bomberjacke. Geschäfte nicht. Der ist dran, ja. Hallo. Fälle haben wir auch keinen Spaß, ne? Ja. Dann holt das noch was, oder? Ja, Mann, sieht gut aus. Ja. Ey, Bruder, bitte. Halt was Stressfisch, Mann. Ja, mit Schimann ist alles... Bruder, war doch gar nicht da, Mann. Essen. Was war... Shoppen. Wie? Der war doch gar nicht da, Mann. Der Junge ist zu kompliziert. Nein, da gab's keins, Mann. Jetzt bin ich hier in der Stadt, muss ich mir selber eins kaufen. Weil du nicht gegangen bist. Mein Freund. Jack ist besser. Rufo, wie ziehst du dich an komplett? Warte. Hallo. Ey, Bruder, ich schick jetzt auf, Bruder. Ich hab keine Zeit gerade. Das ist mir zu dumm und ich mach mein Handy aus. Das ist mir zu dumm. So. Okay, Chef, da fangen wir an mit der Hose jetzt. Ich guck. Diese Jacke... Das ist mir gleich zu, ne? Am 8 Uhr machen wir Feierabend. Das ist halt... Ja, wir brauchen uns ein bisschen Zeit, Herr Chef. Ja, aber... Ich glaub dir, nur... Wir haben auch Papiere, ne? Ja, wir haben von 10 bis 20 Uhr, haben wir hier unsere Öffnungszeiten. Ja, also... Morgen haben Sie eine Chance? Doch. Kannst doch gerne morgen nochmal in Ruhe reinkommen. Sind Sie aber da? Ich bin morgen hier. Ja, klar. Beraten Sie mich auch? Natürlich. In Ruhe? Ja. Ja. Aber die Jacke wäre das nicht, oder? Nein, da komm ich schon vor. Nein, da komm ich schon vor. Nein, tut mir echt leid. Weil wir müssen... Wir haben alle was vor. Ähm... Wenn schon, denn schon, sagen die Deutschen. 15 Minuten nach 8 Uhr schon. So, eigentlich... So, was macht mein Ruhe? Ich will jetzt viel Geld ausgeben. Ich will das nicht in Hektik. Verstehen Sie mich? Ja. Ich bin schwierig. Das ist viel Geld. Ich muss mich anziehen, gucken, ob das mir passt oder nicht. Wovon sprechen wir gerade. Der Recht hat er nicht, ne? Das ist... Das hat's mir gegeben, dann halt ich das so lange fest bis morgen. Okay, halt das erst mal fest. Genau. Aber dann passen Hose, ja? Machen wir alles morgen. Morgen, ja? Morgen, ja? Wir haben die Papiere da, Chef. Ey, wo ist meine Jacke jetzt? Auch seine Papiere, Mann. Was machst du denn die Scheiße? Nicht die Scheiße. Ich meine, damit... Ware, Mann. Du hast jetzt 169.99. Aber morgen komm wieder in... Komm rein, Mann. Machen wir morgen in Ruhe. In Ruhe, hast du mir versprochen. Du brauchst aber auch, ne? Und ich will auch was trinken, Mann. Ja klar. Drum, was du willst. Alles klar. Alles klar. Wie heißt du denn? Auf welchen Namen? G-Manni. G-Manni? Ja. Ja, bist du Rapper oder was? Ja, guck mal auf YouTube. Alles klar? Ja, ja. Aber wir sind schon dabei. Bis guck auf direkt O-T-W. Alles klar. Morgen siehst du da, Mann. Die Pränke warten noch früh für morgen. Jetzt komm ich morgen. Alles leer so. Bis 9 Uhr. Schon auf jeden Fall diese Jacke, ne? Austoben. Ich hab ja schon. Ich war aber schon meine Jungs. Deswegen will ich die schon. Aber das ist Storm Island Jacke. Und die Pulli. Wo ich das mau. Und die jetzt kaum Leute. Alles was du willst. Ja. So was trage ich mal gar nicht. Wir müssen auch hoch. Lass ihn mal zu meinem Bruder. Das ist ja auch hoch. Meine Jacke habe ich von hier. Ich habe meine Gültel von Baby-Venture. Die Gültel von Baby-Venture, Alter. Baby-Venture trage ich eigentlich gar nicht. Eine Sack gleich für dich, bitte. Oh, danke. So, jetzt habe ich gut gegessen. Obdachlos noch. Oh, jetzt. Wir sind wieder im Taxi, keine Ahnung. Mein Big-Boy-Freund ist faul zu laufen. Ich sage doch, wenn ich bei ihm bin, geht es mir gut. Aber ich habe selber Bock mit der Bahn zu fahren. Aber er sagt, wenn ich mit der Bahn fahre, sind wir keine Freunde mehr. Mit der Bahn wirst du fußen, wären die schneller gewesen. Ich weiß. Da ist der Big-Boy. Jetzt seht die Batzen. Wir sind da lila. Alles ist da. Parajump-Jakke. Sehr teuer. 50 Euro. 50 Euro. 50 Euro. 50 Euro. Das ist ja 109 Euro. Ja, jeder für 50. Wie viele Zimmer sind das? Ja? Wie viele Zimmer sind das? Zwei. Mit Dylan, oder was? Ja? Ja, ähm. Ja, ich glaube schon. Wiss ich nicht. Kamera aus, das kann ich gerne über den ableistern. Ja, die wollen nicht mein Gürtel klauen. Nicht sein Gürtel. Das ist mein Gürtel. Die wissen das nur noch nicht. Bruder, ich bin Kameraschau. Ich weiß nicht, was ich in diese Linse sagen soll. Mein Gürtel, aber ich kriege ein Ring dazu. Da! In der, in der! Die erste Tasche sind vier. Bruder, was soll das? Was fährt das so langsam? Wo müssen wir hin? Viertel. Viertel. Und für alle AC 5-2-0-Fans. Ich bin nicht aus Aachen. Bruder, das muss man erwähnen. Weiß das war ich nicht. Da gehört aber so nicht ziemlich. Das Chapter, das Mutter Chapter von dem Team ist in Aachen. Können wir in Aachen konnechtet. Schlägt mich einfach hin. Ja, Mann, Felix. Mach die Kamera raus. Okay, wer hat heute einen Auftritt? Aber ich würde ihn einfach gehen. Oh, Joe. Wie ist ihr, Bruder? 23, 23. Paranoia. Ich habe gesagt, dass die Maschine ist da, Alter. Bruder, es riecht. Bruder, es riecht gut. Alles klar, Jace. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Wie ist das hier? Oh, black you, black you. Black you, black you, black you, قال! Nimm mich tiem damit zur Boxer. Schau einfach warte. Weißt du? OTW wird doch behindert, Bruder. Ey, das wird behindert! OTW? Haha! Okay, Mann! Ja, Bruder! Heute nehmt OTW. OTW. Haha! Bruder, heute ist ITW. Ich mach mich mal. Wie geht es zusammen? Wie geht es zusammen? Ich bin wie geht es zusammen. Ich bin wie geht es zusammen. Ich dachte, es wird nichts gefallen. Wie geht es zusammen? Wie geht es zusammen? Wie geht es zusammen? Wie geht es zusammen? Wir gehen zu OTV, sein Auftritt. Nazas Nebensache. Wir gehen zu OTV, sein Auftritt. So, mit Lamifa, wir sind alle da. Wir unterstützen die Familie. Ihr wisst. So man, Bruder. Es gibt keine andere Wahl. Wenn du heute nicht da bist, hast du Pech gehabt. Geh nach Hause, trink deinen Tee und fick dich, Mann. Schlaf. Bruder, mach den hier oder den hier und geh schlafen. Heute gibt es OTV. Heute gibt es dominante Gene in Kalifornia, Mann. So, ja. Zombie! 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 Was geht, was geht. Wir sind da. Angekommen. Wir gehen jetzt kurz ins Diamond. Hallo sagen. Oh! Richtig, Bruder. Alles klar? Auf jeden Fall, wir gehen jetzt kurz rein, besuchen, kurze Gespräche, bla 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 bla. Und dann, ja, geben wir den Schluss. Ja, ja, ja. Ich glaube, der müsste eigentlich kommen. Der müsste eigentlich kommen. Nein! Zwei Malzun! Zwei Malzun! Zwei Malzun! Wie ist dieses Kaffee eigentlich? Wie ist dieses Kaffee eigentlich? Wich? 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 Nein, ich mach extra. Wich? 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 Okay, also. Hör nicht auf den Bruder. Wir sind hier. Bruder, wir gehen so runter. Aber, Bruder. Cut, cut, cut. Aber im Endeffekt sind wir hier am trinken. Und sie wollen eigentlich nur durch die Bühne sehen, um abzureißen. Verstehst du? Weil wir haben gerade Informationen bekommen, dass sehr viele Leute vor der Tür stehen. Das werden wir gleich vielleicht sogar filmen können. Da werdet ihr das sehen. Aber... Bruder, lande, geh! Ich mach dafür zur enge machst! Ich mach den irre Nichirol! Ich mach den einfach! Möte, ich mach zwei, sechs! those sind Missionade im Superardan frei! Super! 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 Der hat mit Französisch gesprochen, der hat gelernt, er hat mit Französisch gesprochen. Der hat mit Französisch gesprochen, der hat mit Französisch gesprochen, er hat mit Französisch gesprochen. Was geht, was geht, was geht? Auf jeden Fall, so, füllen wir kurz den Laden, füllen wir kurz. So, jetzt erst mal Tische, Trinkerei, dann gleich Bühnenauftritt, Auseinandennahme. Versteht ihr was ich meine? Versteht ihr was ich meine? Versteht ihr beim Zport? 3. Mittagent zum Champagne! Versteht ihr als Champagne! 3. Mittagent zum Champagne! 3. Mittagent zum Champagne. 3. Mittagent zum Champagne! Das war's für heute. OTV Gangsta Party Ain't nobody Gangsta Party Yes huh Ain't nobody Gangsta Party Gangsta Was it the guy now? And me I'm sorry California Okay California NRB Okay Aha Aha Ja 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 Okay Why Why Because Why 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 Okay Die Dänen und seine Gang! Okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute. Aber sie sagen, wir werden Dominantes hier klopfen. Wir sind die Dominante hier klopfen. Jeden Tag geht uns über Leben. Und aus dem Vierer Gott ist meine Seele. Denn der Fähne kostet die Fähne. Also, wir werden Dominante-Gangler. Das wird sehr wichtig. Alles ist derники! Ganz formula, gerade erstmal wieder. Macht und das sind die Polizei. Macht und die Freunde. Das ist das Schliegt. 층. eika. Wo ist die Rüger? Much love, much love! Alle sind hier in der Haus! Alle sind hier in der Haus! Lockes Willen, ey! Sieben, nein! Sieben, nein! Jetzt nein! We're love, much love! You'd ever want this? You'd ever want this to tell you you so like that once you dance from it... Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann! Das ist alles, Mann! Das ist alles, Mann! Karlsruhe Geh mal weg, Beste, aber das ist mal Patsch. Guten Abend, es ist vorbei. Ja. Da Egeruhen da ist und Döster gerade nicht in Sicht ist, werde ich das jetzt hier beenden. Verstehst du? Nein, weißt du, du bist mein Bruder, mein Bruderherz. Ich liebe dich, ich bin besoffen, deswegen hab ich ein bisschen geredet. Aber egal, weißt du, verstehst du? So, auf jeden Fall, check was. Das ist AZ, für AZ oder für OTW? AC? AC? AC, AC, AC. Das ist AC, dieser AC da aus ... Bruder, wie meinst du, Bruder? AC 15.0 Gang, man. AC aus Aachen, aus Aachen. Ich feier AC aus Aachen, Bruder. Kein Spaß, dieser Bro, der rasiert alles. Das ist alles. Bruder, wenn du das nicht im Internet reinstellst, dann weiß ich selber nicht. Wie heißt der? AZ? Du bist scheiße. Wie heißt der? Bruder, der fickt das Game, Bruder. Hört die Seite. Hört die Seite. Hört die Seite. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich beende das. Lass mich nicht beenden. Bitte heute. Bitte. Als Publikum Guest. Yo, Leute. Zu stark. Daimens. Lass aber da. Und hier. AC 15.0 Gang. Scrap. Papa. So. Also. Ich versteh nicht. Verstehst du, Jordi? Das Ding ist einfach. El Juro ist nicht da. Dresda ist nicht in Sichtweite. Wer denkst du, dass das beenden kann? Verstehst du? Wer denkst du, kann das jetzt beenden? Natürlich ich. Double Z. So. Also. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ich hab's zu beenden. Ey! Ey, Dresda! Ich bin da! Ja! Ich bin da, Jure! Jerry! Darf ihr seht! Niklas! Ich bin da! Ey! Seht uns! Hey, erzähl! Bruder! Ich muss rein, Bruder! Ich muss rein, Bruder! Ich muss rein, Bruder! Ich muss rein, save!